So, willkommen zu der nächsten Folge dieser Sessione. Wie? Da ist noch was drinne. Ach guck mal, wir landen plötzlich auch hier. Da ich gar nicht drauf beachte ich das mal. Da muss ja wieder irgendwo ein Geheimweg noch sein. Das war's. Oh, ich hab schon geahnt, dass es hier nicht sein wird. Irgendwie vermute ich hier unten. So, sehr schön. Hey. Ach, wir sind jetzt... Ach so. Hier wäre ich wahrscheinlich gar nicht durchgekommen. Ne, stimmt. Meine Könige, ich glaube, Wolfen ist bereits drin. Der wird Kampf von Wurfhauser. Schnell, wir müssen zum Splitter gelangen, bevor Wolfen es tut. Endlich wird die ultimative Macht mein sein. Und sieben. Oh, wie? Oh. 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 Wo sind wir jetzt hier? Nicht schon wieder, ist hier diese Kugeln immer zu spät, ey. Oh ja, Heilung, danke. Sturmbringer. Okay, dann hier wieder raus. Dann nehmen wir das Ding. Und kriegen ein Level Up. Okay, dann nehmen wir das Ding. Okay, dann nehmen wir das Ding. Okay, dann nehmen wir das Ding. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und in der nächsten Session würde ich dann gerne so vorgehen, dass wir hier alles abgrasen, was wir noch machen können Eventuell noch ein paar Nebenquist Und dann ansonsten auf den Katzenkontinent zurückreisen Und dort auch noch ein paar Ruinen und Höhen abzufristücken Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Jetzt haut der wieder ab, ich kriege ein Föhn. Oh, nicht gut, nicht gut. Oh, nicht gut. So, was kriegen wir? Keule des alten Meisters. Ich glaube, so was gab es im ersten Teil auch schon mit so Wellen. Ich kann mich nicht so wirklich daran erinnern, aber ich finde es cool. So, haben wir hier irgendwo in der Nähe einer Heilstation? Nicht wirklich. Na gut, dann geht es hier in der nächsten Session wieder weiter. Ich bitte wieder gemäß. Bis dann.